Es war ein Spiel, das es schon des Öfteren gab. FC Bayern München gegen den 1. FC Kaiserslautern. Was wir hier ja auch in dieser schönen Schwarz-Weiß-Grafik sehen. Außer wenn wir dann in die Allianzerinnen kommen, in diesem Stadion. Neu, nicht ganz neu. Aber das gab es noch nicht so oft, dieses Spiel in dieser Arena. Aber mit der normalen Bayern-Aufstellung, Kraft im Tor und so weiter. Entschuldigung, bin etwas erkältet. Sippel, Tobias Sippel sehen wir hier im Goll, im Tor. Der Kaiserslautern und dann ging es ja auch schon los. Dann gab es diese Chance für Mario Gomez. Dann in der zweiten Halbzeit schon diese Chance für Mario Gomez. Und dann war es hier das Tor. Der Kaiserslautern und dann in der zweiten Halbzeit schon das Tor für den Holländer. Hier das Tor nochmal in anderer Perspektive. Ein verflixter Junge. Dieser Arjen Rom. Und dann hier das 2 zu 1. Äh, das 1 zu 1 durch Tiffert. Zum 1 zu 1. Riewicz bereitete das. Also kann man sagen, dass es vorbereitet wurde. Hier Tiffert, nein das war Riewicz und dann Tiffert und dann war das Ding drin. Und dann war es auch schon vorbei. Dieses Duell. Also dann bis zum nächsten Schönen. Und dann bis zum nächsten Schönen.